So Leute, ich hoffe, dass es jetzt hindert mit der Verbindung. In den vorigen Parts habe ich schon einige wieder gelöscht, weil das so gesagt nicht instabil war und deshalb starten wir nochmal erneut einen neuen Versuch. Ich muss nur noch gut zwei Stunden oder eine Stunde noch das Playern, bevor es so gesagt im Wetter geht. Gegen drei? Sag mal, war nämlich irgendwie lang. Ach nee, ey. Also nein, drei Gegner bloß. Ich glaube, ich werde unwächtig. Gut. Es tut mir leid, dass die Verbindung manchmal so instabil ist. Ich kann nichts dafür, ich weiß. Aber ich gebe dir mein Bestes, dass ein Abo speziell auch geladen wird. Ich werde wirklich mein Bestes geben. Wir müssen was warten, bis ich da raus... Oh. Der Timer läuft auch wieder auf Null. Der Timer ist ein bisschen gewartet, aber okay. Dafür kümmere ich die Strecke lieber auch Auto-Search haben. Ja. Okay. Auf geht's! Hallo? Mach doch mal! Ey, du Hackfresse! Ich werde mal provozieren, muss er, ey, da. Erneut heißt es Abenteuer Mario Kart. Ach, Online Gaming. Ich sage, eine Ansage hat eine halbe Stunde, wenn abgehakt ist, ist er bald vorbei. Wir haben es um drei Stunden gespielt und vier waren hervorgegeben. Ich wollte ja irgendwann mal wieder Minecraft zocken, aber ich habe ja gesagt, das Abo-Spezial geht vor. Vorrang hat Abo-Spezial immer. Oh, ich habe ihn abgehakt, ey. Ich habe ihn abgehakt, ey. Ich habe ihn abgehakt, wenn er nicht für dich auf den Hutraum gewählt hat. Aber okay. Mir hat irgendjemand das alte Lack abgehakt, hier. Ja. Oh, sie hat Pils, ey. Wow! Mushrooms! Ja, ja, so ist das. Wie ihr gesagt, Sonntag ist so Null-Scheck-Tag. Da kann man nicht viel erleben. Was wir ihn hier mal so gemeldet haben. Ouch! Das fahrt weh. Psychisch und körperlich. Alter, warum fahr ich da nicht rüber? Hat das auch immer klappt. Haben sie Schwerkraft jetzt beinahme eingestellt? Also nein. Das ist ja was von Cheat halt her. Aber okay. Da muss ich sehen, ob der Track abkürzt. Der heißt Papa? Ja, ha! Geiler Name, ey. Respekt, Alter. Da kann ja auch Opa Lampen reißen. Das heißt, sie hat sich ablocken müssen. Ja, nur so in der Hüme trifft mich, ey. Obwohl er es so ernst gemeint hat. Ey, ich bin jetzt dritte Mal zurückgeknallt, ey. Also so zu many fails, ist ja wirklich ein Wahnsinn. Mal gucken, ob ich Abzug bekomme. Nee, Gott sei Dank nicht. Und der eine ist X. Geil. Ist das crazy? Äh, okay. Ein Fehler bei Datenübertragungen. Ach, nehmen wir die hier. Die haben den 60 Rotze. Das war nicht fair, Brüder, erst mal. Oh, oh, Piss, okay. Verstehe. Der eine ist X, der eine ist doch mal X. Und der eine ist die oder sonst wäre es okay. Wenn es denn Spaß macht. Ey, Spacken, mach. Ich hab gesagt. Alter, tritt ich am Arsch, Baby. Bänge. Ein schlechter Schocker hier. Schlechte Arbeit hier, ey. Oder Arbeitnehmer, sagt man, dass das wird. Keine Ahnung davon. Geh ja nicht arbeiten. Ich mache Arbeit, aber geh nicht arbeiten. Lunge, ich bin, äh. Papa schmeißt eine Banane. Irgendwie nur rum. Autsch. Aus welchem Grund ist die Schwerkraft hier noch effizierender, ey? Weißt du, das war unten ein Schwerkraftdings, Pumsch? Schwerkraftferien. 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 Schmeiß den Stachy bei uns, oder? Auch jetzt ist er da mir nicht getrocknen, ey. Da soll ich gerade den Stachy anschmeißen. Und jetzt haben wir den Warenbruch bis hier. Rüber, rüber, rüber. Yay. Und jemand schmeißt ja wieder einen Bummer rein. Ich weiß nicht, ich schwitze mich hier ab. Hett auf. Yeah. Abgesteckt. Nein, versteckst mich nicht. Vergiss es. Der Stachy kommt gerade richtig, ey. So hat das lieber nichts bei der Kehr. Das bist du nachher selber dran, ey. Das stimmt auch wieder. Und ich sehe ja keiner verzeihen, oder, ey? Ähm, kurze Ansage. Schaumboi kommt nicht mehr. Es ist schon 20, 21 Uhr. Ja, ich mache Aufnahme, Gott sei Dank. Schön viele Punkte, ey, ey. So merke ich das. Äh, ja. Nimm mal nur nach dieser Schluchtenwelt, bis ein Todsherf entsteht. Lass mir raten, wir nehmen bestimmt die Welt mit den Schluchten, ja. Naja, okay, doch nicht. Sind wir glümpflich davon gekommen. Ja. Genau. Ah, der hat noch 3000 Punkte, da muss er richtig suchen, ey. Wenn er er erinnert, ist das nicht, ja. Aber okay. Ja, ich bin eher der Fan, natürlich, Leute. Aber feucht die Stimme hier rüber. Getroffen. Ich habe dich getroffen, ja. Ja, ja, ja. Das ist für jeden Tag von der Zuboff, bitte. Jetzt kommen die ganzen Zuchtige immer hier, ey. Ouch. Radio Straßenbahn, ey. Die Freisen fahren die Urlaubkürze, ey. Jetzt fahre ich auch die Urlaubkürze, ey. Hau mal extra runter. Wer will, du riskier'n's. Wieder riskier'n's. Die Sekunde war es wert am Auto-Fail. Die Sekunde war extra hoch. Boah, die ist super. die sind auch passend. Ich glaub es ist ja richtig ohne, Alter. Warum fahren wir so in den Bild die Straßenbahnen, ey? Die fahren ja ohne Strom, Mensch! Die fahren ja ohne Leitungen, die sollen das hier, ey! Da sind wir denn hier, Mitte, Alter, oder was? Wie viel lustig, ich weiß! Nein, denn da der rote Rakete! Oder roten Panzer! Vorher hat das immer Raketen gedacht, wenn hier ein Jung war. Das ist bestimmt so Ur-Ur-Jewersprache, oder wie man das nennt. Okay, das soll jetzt mal ein richtiger Fail. Autsch! Sag mal, ich hätte jetzt immer keine Leitungen bekommen. Das Wichtigste ist kein Punktabzug. Leute, da draußen will ich nicht erwarten. Tschüss! Tschüss! Komm, schaffst du, Beinsel! Hier sind die Straßenbahnen, ey! Da sind ja nur Toads drinne! Marschbaumfressen! Hahahaha! Okay! Hier, weiter jetzt! Hier ist da der wichtigste Kinderpunktabzug, gell! Aber wir haben auch wieder Fahrt und Schluchten, aber trotzdem ist hier Weltgeil! Die meisten Löwen sogar war der Abfahrt! Und? Yay! Eine Strecke wurde ausgewählt! Niedersachsen, Norden Westfalen, alle bloß Wessis hier! Werden hier Ossi! In der Inder ist auch noch Ostdeutschland! Der Paarbruch des Thüringen! Ostdeutsche Collegien! Nein, das kennt der Kollegin! Er war nur auf Falle zur Rede, Mensch! Hehehe! Schön, dass er mal nekert hier! Das war ja so, dass man schon nicht gehört! Die mir wieder gratis Coins geschenkt! Obwohl die überall hier sind! Keine Ahnung warum! Ja, ich bin Erster! Na klar doch! Logisch! Da ist der, was in der Scheiß ist! Und sage mal After! Sind wir jetzt etwa an der Autoferie oder Intensin-Ferie oder was? Hehehehe! Sollen jetzt alle auf Intensin-Ferie machen? Waren doch alle so gute Fahrer hier! Also ne, das ist hier wie! Also jetzt bin ich selbst ein bisschen verwundert! Warum die jetzt so abkacken tun! Das ist für mich jetzt ein ganz großes Rätsel, Leute! Aber okay! Ich schmeiß nochmal die grünen Teile, ja! Wow! Ja, jetzt ein bisschen dem, ich glaube, okay! Also das wundert mich jetzt ein bisschen extrem! Wir müssen sicher mehr mit Intens die Fresse bauen, ey! Oh, scheiße! Ich hätte es ja auch benutzen müssen! Das röhnen müssen! Ja, ja! Ich schlag auf! Ich schlag auf, der Linja, ey! Die kriege ich da nicht aufgeheizt, ey! Das ist das, Yoshi! Okay, jetzt wird gute Blocks! Du hast ja noch die Fresse! Nein! Nein, aber auch heute aber schon heißt hier! Hehe! Außeträgst! Sogar erst, da ist ja Wahnsinn. Na, wir wissen, was die für Punkte stand haben. Aber okay, das ist alles Profis trotzdem. Sonst haben die jetzt sowas von gefährlich, das ist ja echt Wahnsinn. Glück kann man haben, Leute. Marius Pist ist eigentlich gut. Tom, das war nicht fair. Nein, wirklich nicht. Hallo. Die meisten wollen gar nicht reden. Auch Inna ist mir wieder auch sehr lockes Narschkrabben, Kind, ey. Geht da mal ja nicht, das geht überhaupt nicht. Toll, jetzt bin ich der Einzige Aussie wieder hier. Dass jemand aus Osthaltschland hier spielen tut. Versteig nicht. Haben die Aussie seine keine Wii U? Dann kommt er in den Xbox One. Die spinnen Mario Kart auf Xbox One. Geht eigentlich nicht, aber okay. Ich bin der Koch. Ich bin der ein wenig. Oh, hier ist mir der eine sehr sehr gemütlich gelockt, ja. Da hätte ich jetzt den Windschalten, hätte ich Oberkirchen beendet. Das geht ja. So, was spielt Schatz da hier? Und durchschützen! Führer mit Lock. Respekt. Oh, Alter! Das ist eine Verdammte volles Witz, Alter. Ups. Vorbildes Witz. Ja, da sind wir da, die offenen Kollegen, Leute. Heute fahren wir extra her. Nur, okay, sehr schön. Ohohoho, bei der nächste Sitzwelle in der Kneipe. Und rüber! Gut. War ja nicht anders für erwarten. Ohohoho, guck jetzt, will die Alarm! Dann hat er mich den getroffen, Alter. Dann hätte ich Autofill Instant Sale gemacht. Das war's. Oh ja! Siehut hier mit der Masse, ey! Respect von der EJ! Aber großzügig ist jetzt Spion mit den Items wiederher. So, ein bisschen langer Flug. Den kann ich der Brenner treffen. David, das erste. Mein Name ist Davy. Kommt aus der Ausfahrt. Wenn ist hier der David aus der Ausfahrt? Mein Name ist Davy. Hallo Tom. Ich bin dritter, okay. Geht der noch? Ich meine, das ist ein guter Platz. Was sage ich? Da geht der noch. Ein perfekter Platz. Der ist ja nur wie der Schrottmensch. Hier sind viele Wario-Welten. Ein bisschen mehr einloggen hier. Da geht's gut. Eine Strecke von der Ausfahrt. Die tickt da runter. Aber wenn schon wieder ein tick Ossi, Alter. Na, der wird es fein. Bayern sind wieder wachsend. Hallo! Hey! Was die Aktresse nicht machen Sie? Ich stehe an dich! Okay! Jo! Oh, kriegen Sie eine Grüne geschenkt! Oh, sind Sie hier hinterher! Ja, dann treffen wir aber gut! Sie müssen sehr viel Kraft für die Toppen! Wer hat zwar freiwillig Kraft? Das heißt, sich jetzt zu melden! Hahaha! Das ist ja freiwillig Kraft-Duty! Hallo! Hahaha, schönen Tag! Wo ist die Herausforderung? Ich warte auf euch! Hallo! Wo seid denn hier alle? Wollt ihr mich gar nicht enttäuschen oder was? Ja! 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 Die ganzen anderen Leute wissen sowieso, dass es hier eine Herausforderung ist! Wenn das Item so nutzlos ist, warum setzen wir das überhaupt hier ein? Ja! 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 deeply ADHD Und dann fahre wir FÖRDER! Okay. Wir sehen 9 Punkte, okay gut. 1.600, perfekt! So, dann noch mal wo's PISTE! Boah, den hat sich ausgelockt. Ich bin der Einzel mit dem schwarzen Pullover, bin ich die Außenseite. Oh, die Schluchtenrunde. Nur als Vorbehaltung. Die Schluchtenrunde. Hallo! Hallo! Hey! Das ist die erste Gehackfresse, die machen sie, ey. Das heißt, es wieder befeuern. Das heißt, es ist wieder Care of Beauty, Alter, Alter. Oh, you can't hurt, you can't hurt me. Hehehehe. Das ist wiederum. Hey, warum seid ihr alle so schlecht, Mensch? Also ein bisschen würde verlang ich hier schon, wo er im Punkt bestand hier, Leute. Und bin ich ja ganz traurig hier, Mensch. Der Einzel, der wirklich ergibt sich der David, Alter, ja. David? Das ist ja nicht anstrengend. Andern denken sich alle bloß die Fresse im Endfluss, bevor sie stoppen, oder was? Das ist ja nicht anstrengend. Das ist ja nicht anstrengend. Das ist ja nicht anstrengend. Das ist doch kein Care of Duty, verdammt. Das ist doch hier kein GTA San Andreas. Ja, ich fand, GTA San Andreas noch besser als GTA 5 bei 10 oder so. Das ist ja nicht anstrengend. Das ist die Karte, die alle eben nicht auszupackig sind. Ich bin ohnehin nicht mehr für alle. Ja, Mensch! Wir wollen alle nicht kämpfen, Alter. Ich denke, es wäre ein voller Spiel hier. Hahahaha! Herr, spyuta, ja? Das ist ja nicht anstrengend. Das ist richtig. Die Scheiße! Ja, inne kommt, inne strengst ich mal an! Böser Stein! Fett stört nicht! Nein, er fällt, er fällt, er fällt, er fällt! Fett automatisch! Obwohl, wir haben trotzdem noch seine Bewertung! Die Hoffnung stirbt zuletzt! Obwohl, wir haben trotzdem noch seine Bewertung! Sehr schön! So merke ich das, so merke ich das! So Leute, jetzt auf Glück! Wenn es abgekackt wird, ne, wir machen bis 30, gehen wir noch und erfahren wir noch! Und dann sage ich, auf Glück Leute! Und dann sage ich, auf Glück Leute! So! So, okay! Komm, Toad! Mach schwumm! Kann doch mal! Mach schwumm! Mach schwumm! Hahaha! Tschüss! So, okay! Zwei Toads! Zwei Toads! Ach die Scheiße! Wird immer schlimmer hier! Toad ist die Albtraumfigur, Mensch! Boah, das ist ne Frotze auch da! Boah, das ist ne Frotze! So, das ist ne Frotze! Hahaha! So, das ist ne Frotze! Tja, die Schock! Dacht die Fröhnliche unten, aber okay! Der Mario Kart Wii war das immer so! Wir werden die Ähneln auf dem Skinn nicht abfeuern, so aber gute Block, geil. Gut abgeschätzt. Ja. Schön auflocken. Hey, Kollegen, oder Kollege, wer du bist, kann ich von Weitem nicht erkennen, aber ist ja so. Wie fährt die Summe abkürzungen, okay? Sie hatten oben? Ich sag mal, sind die anderen so doof und spielen die Call of Duty, oder spielen die Mario Kart? Wir gucken mal, weil die weg sind, ey. Ich bin empört. Das ist doch keine Herausforderung, ey. Also, nein. Wir haben wohl mal kaum den Ballast-Mippe wechselt, oder was? Ey, Q-Shan und deine Leute nachher. Die sind auf dich angewiesen. Du bist die Gang-Chefin deinem Fahrer. Sei glücklich, ich bin freudig. Geil. Dann trennen wir uns mal kurz die wechseln. Oh, ab ist weg, ne, oder nicht? Ja, die fällt runter! Du Scheiße! Hahahaha, vorhin ist das Epic Fail, aber okay. Hahahaha, herrlich. So, okay, jetzt auf Glück, Leute. Wenn ihr uns abkackt, ist der Bad vorbei. So, wenn die Verbindung jetzt instabil ist und eine Stunde durch ist, dann war's das. Und jetzt ist Nago schon in der Mixer durch. Komm, das war ein Spaß. Schön, Tom! Das freut mich. Hallo! Pff, 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 pff. Und einer könnte sich wenig auswählen, leider. Einer muss... Hey, die Zeit läuft ab, wir müssen auch searchen. Mh. 3er wollten nicht, 3er wollten Kiesalat haben. Aber das ist doch süß, tatsächlich. Ich hab nicht über beiden Reden aufgehangen, aber... Ach ja, wieder T-Lex Mut Ninja Toad, okay. Verstehe. Wow, wir haben zwei auf Thüringen, wow, zwei Ossis. Klappt ja perfekt, Mensch. Hey, T-Lex Mut Ninja Toad, wartet ab. Hallo, T-Lex Mut Ninja Toad. Wir besuchen dich mal wieder. Erfache Menschen wollen dich besichtigen. Hahahaha. Und ich bin mal wieder mit dem Item Parabel, okay. Und ich bin mal wieder mit dem Item. Ich bin mal wieder mit dem Item. Und wir sind jetzt hier mit dem Item. Wir sind mitten in der Curved Duty Gang hier. Warum ist die Teil verkostet? Ich hab's ja gewusst, dass wieso Curved Duty Gang hier sind, ey. Das ist ja nix mehr jetzt. Und auch dich da, mal wieder instant damage zu werden. Da kann man sehen, wie diese Gehalte ins Rad zu schmeißen. Okay. Ich hummer den mal, Leute. Ich schau mir den mal. Ich schiet den mal. So, ich schiet den mal Spaß. Schiet den schön. Nur ist der Curved Duty Gang entkommen. Hallo, Mette Mario. Willst du die Blumen nicht schmeißen, oder was? Das ist ja eine dumme Sette-Transpillation. Ich bin ja noch selber da drin gefahren. Crazy. Aber okay. Okay. Wenn wir mit in der Curved Duty schreiten, aber okay. 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 Alter Volkerhund. Ja, der war jetzt so. Ich wollte irgendwie rüber haben, aber was ist. Okay. Ich bin ja schon mal runter. Hey, Kollege. Ohohoho. Voll weggerunde, ey. Okay. 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 Ich will eigentlich nie noch sehen, na? Das ist der Esser. Naja. Hier ist halt die Runde hat ja auch extrem viel Schuchten, ja. Naja. Ne gut. Hallo? Haha. Er tickt aus. Unserer Wolkenstraße. Toll. Schicksal brauchst du nicht auszuticken. Ist doch bloß nur das Spiel, Mensch. Wenn ich jetzt nicht 70 mal verliere, kommen wir nicht unter 1.000, ja. Aber für 70 Rennen haben wir auch kein Platz mehr. Das wär ja lustig. Scheiße, Mann. Lustig. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Ding, 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 ding. Mir ist schwer. Hier wohl, ich stecke erneut. Auf ein drittes, Leute. Yo, Thüringen. Hängt hier mal hier ein paar Leute mit bei. So merk ich das. Das wär nicht gerecht. Taut, du bist am weiten Platz, der Grüne hinter bei den Minnicken da. Lass es dich selber sein, Taut. Verstehst du das nicht? Verkosch dich! Meinen es nicht die Leute? Ich meine es den Grünen, der dann am Rand stand. Ford will mal wieder Krieg führen, oder was? Krieg von KF Dütje, oder was hier? Taut ist dafür schuldig, dass die uns ein Eifensches müssen werden. Die ohneheit ist gleich anders. Ohneheit ist er merken. Das holen sich auch wieder klar. Man muss auch den gewissen Vorteil daran sehen. Obwohl es sich gar nicht voll klar für die Zocke hin. Das ist ja schade. Das tut mir leid, Kollege. Die staunt ja perfekt auf dem Servietablet. Hierugerρείdu. Jawohl, stein zu sehen. Deine Pflanze ist kaputt, Herr Mensch. Ich hole Assessment Über bitterness. Für die Süßdäckchen hindern kann ich zu klein sein. Jeạianners sind 시대. Ich hoffe es ist einfach ein städter genähter Stroh hier. Schnell rüber geschwitzt, Alter. Über das komische Schwert. Ich kann nur ein Fleischerweil sein. Fleischerweil von Zelda. Was ich wieder reden zu ist, Herr Braunfrey. Oh shit. Wir brauchen ein Item. Hey du stehst? Deine Silber nicht fahren. Weil sie eine Verbindung haben kann. Wow. Komm Pluspunkte sammeln. Okay, das war ein Städter. Aber... Wow. Dinger, was? Autsch. Oh, sag ich immer Autsch, ist doch... Der Skimp wurde auch anergriffen. Also ich muss 4 Punkte bekommen, oder? Bitte Pluspunkte seht ihr lieben Mario Kart. Bitte seht ihr lieb. Gib mir Pluspunkte. Yay. Kriegt Pluspunkte. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Verneut es werden. Ja. So, 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 so. Du wirst Juvie macht Trёз Masters. Huhahahahaha. Huhahahahaha. Huhahahaha. Hehehe Hehehe Bindi Alle bloß Deutsche Wir 4 Spieler Bindi mensch Du spielst dumm alter Raketo ist noch zu immer Ein bisschen mehr bitte leute BITTE 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 Hehehe Was Hallo Tom, Tom Traktor, Traktor Tom, Gibt es eigentlich jemand, der Tom, der Traktor ist, ich habe keine Ahnung, der liegt mir nicht, das wird mir gerade so in den Kopf kommen. Ich behalte ihn lieber am Hinterkopf, weil da müssen wir so mein Bett weg, das kriegen wir sowieso nicht. Alter, Tom hat abgekackt, also Tom, nein, also nein, was soll denn das, Tom? Wir müssen doch nicht traurig machen. Tom, der Traktor hat abgekackt. Ach du Scheiße. Ja, 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 guck mal zu gut sind. Und Tom schießt endlich an mich. Gut gemacht, Tom. Gut gemacht. Ich muss wie du alles gelogen hätte, oder? Gut gemacht, Tom. Das heißt... == Einen schönen Treffer. == Von dem zu ja was man zu sein... == Was? == Was denn? == Ein bisschen Ansporn ist, dass du aus dein Youtube-Karaktern schreitst? == Das ist doch gesunder...werverstand. == Das ist doch gesunder...gesunder... == == Oder glaubt ihr nicht, ein gesunden Let's Play verstanden? == == Verstanden, Leute? == == Ne, du gek.. es ... wronged, == == Ich weiß nicht. == Ich weiß nicht. == Ne, == == Ja, == Hat er jetzt etwa dieselbe Waffe gefahren? Oh weia Pfff, die Hoheltei Is that gaye mensch? Ach nee, Himmlesch, Himmlesch, Hummlesch, Himmlesch Bitte warte bis jeder eine Auswahl getroffen hat Immer noch 4, ey Ist nicht halt wirklich sowas von Ok, ich hab Glück in meiner eigenen Strecke Aber ob das Glück sei gesagt Da halten tut keine Ahnung Das weiß ich selber auch nicht Auf jetzt Hey, andere Gegner Hattest du auch in der Spade, wenn er Wenn ja, meldet euch Wenn du sagst Ja, Spade Ake, ich bin auch in der Fee Höhöhö 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 Jetzt werde ich für den Herzen Ich bin deine Pätsche Wow, hier ist ein Land, ja Ein schöner, grüner Panzer geernt Also jetzt kommt der Traktor So, das macht man doch nicht Höhöhö Bei mir Höhöhö Und wir brauchen die Ehe Rätere Und wir brauchen die Ich höre den Fernsehgriff nicht, wir wissen, was über das ist. Wir wissen ja, wir hatten Daphne gerade. Also bei uns, sonst macht man doch nichts. Ich vermisse meine Gegner, ich vermisse meine Gegner. Ich vermisse euch. Ich vermisse meine Königinaurien. Gegner, ich vermisse euch sowas von... Oh ja, du Scheiße. Gegner, ich vermisse euch. Gegner, was seid ihr? Mensch, mal nicht traurig werden. Ich hab die Hände, ich hab die Hände, ich brauch dich. Geil. Geil, Mensch. Ihr furcht sich nicht Newstay, Alter. Das ist ein bisschen mehr, Alter. Hä? Jetzt machen wir eine Boss-Challenge. Nicht was Beat. Was wolltet? Wir fangen gegen Wazer. Wazer-Scherm. Also das ist dramatisch, den Punktabzug geben, Leute. Das weiß ich jetzt. Ja, ja. Lass das Schicksal beginnen. Also ich hab noch... Wurzulang ist das kein Drag-Rennen. Kennt ihr Drag-Rennen von Need for Speed? Kennt ihr das? Von What's Wanted? Wird ich nicht mehr so gesagt haben. Also Drag-Rennen ist so gesagt eben, ähm... Der musste mit Zeit-Gängen fahren. Der musste bei dem Playstation-Controller einen bestimmten Modus immer A drücken. Ich stell mir grad so frei für das hin Drag-Rennen. Aber Gott sei Dank ist das von Mario schalten Nektar-Fall. Du kannst doch nicht die Boss gegen anlegen. Ja... Wie kannst du ja jetzt extra die Storys bekommen? Oh Gott ja... Also die Storys sind vorbereitet. Prost die Storys über den Ark in der Pfanne, ey. Die Steffreif派fen sind jetzt an mich gesteuert. Die Super-Hupe! Na ja, ok, trotzdem, ich hab den Boss besiegt! Da ist die alle kein Bock mehr am, ist ja crazy! Es kommen neue Leute, sehr schön! Den überlegt er noch die Bossgegnerin gerade! Ok, die Schluchtenstrecke erneut! Ja, aber ok! Hey Toad, du stehst Kopf! Du stehst Kopf! Toad! Arschloch! Blöden Toad, ey! Hast du diese Filz vergessen, ey! Hassen tue ich die nicht, aber ich bin die einfach albern! Ja, ich bin die Eiwein! Du mag das besser, du! Hehehehe! Ja, ich bin die Aufmerksamkeit! Ich bin die Aufmerksamkeit! Ich bin die Aufmerksamkeit! 15 Minuten, wo er Online-Internet instellt, aber ok! Ja, 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 ja! Oh, oh, oh! Scheiße! Der war einer auch schwarze! Ich bin die Aufmerksamkeit! Also, mehr schütterhielt nicht, doch eigentlich schon! Aber es gibt keine Ahnung, das führen die anderen Nacht noch her! Oh, ich kann rechnen, wir bloß 8-12! Hehehehe! Das war ja sie vom Kindergarten aus! Hehehehe! Nein, das weiß ich nicht aus der siebten Klasse! Ich weiß aus der siebten Klasse, dass hier bloß 8-12 sind! Hehehehe! Was bin ich für ein Idiot, ey! Ja, hier bloß 8-12,5! Hehehehe! Fängst noch eine, Finnland! Und das, äh, gehe ich schnell! Das kann man doch einen wunderschönen Stachy sehen! Ich glaube, ein Stachy könnte das hier, ähm... Ein Stachy könnte die Pflanze auch unterbreiten! Das ist das, was ich bin! Ja! Du schommst! Hahaha! Du schommst! Du schommst mich! Ich werd da gerät doch nicht so ein Schwott, Mensch! Ich muss aber Schwott reden! Schwott reden ist meine Cahierreise auf dem hier! das ist doch was wert ja da muss doch nicht traurig sein verwirklich wir haben jetzt ja bieten Es sind fünfe. Einer extra mit? Einer muss auswählen mit der roten Brille. Genau die goldene Mitte. Okay. Auf. Mach. Also ernsthaft. Da geht es um auswählen. Du machst einen schlechten Job, Alter. Da geht es um den schlechten Job ab. Da geht es um den Hackfresser. 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 Richtig leben wir ja nicht mehr breit. Ja, nicht besser mit dem Auto. Du musst ein richtiges Auto sein, ja. Oft passen wir diese komischen Stürmer hier. So, jo 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 jo. Hehehe. Hey, du hast Auto gefailt bei Angelin. Bei Angelin, ja, wie auch immer. Immer nur das mysteriöse Rätsel, so geht das ein Auto. Sehr, 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 sehr schön. Plus 10, nein, das passt doch. Wir haben gleich für die ganze Stunde, glaube ich. Also fahren wir jetzt die letzte Runde, Leute. Und dann ist die ganze Stunde wieder durch. Wird ich nicht mehr so erwähnt haben, denn er ist die ganze Stunde wieder rum. Denn eigentlich soll eigentlich schon der Filter im Part 5 Kontraste noch. Ich schwöre, im Part 5 kommt. Ich schwöre, solange ich mein Display machen kann, ja. Das ist dann wieder ab wie eine Mucke oder was? Schon wieder taut mit mit einem blauen Helm, Alter. Ja, das ist ein bisschen der Lass, oder? So, Jus. hier sind wir diese Mughey Die Wiggler sind dann eine halbe 3 Perle your health sie sind dann halt Nein, 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 das hat sich immer gehalten. Hassen tu ich dich nicht, aber dir selber ist scheißalber. Zum Lachen, zum Auslachen. Oh, jetzt ist er schenklich. Und danach fahre ich nur eine Runde als erstes, als Bonus. Dann lasse ich 30 Minuten haben. Schöner Budget, Respekt. Ach so, dachte ich, es ist Bobby. Ich weiß nicht, dass er die Runde ist. Leider ja. Okay. Nun nützt mir auch nichts die Blumen. Was sagt die Klack? Ja Leute. Ich glaube ich verabschiede mich da von diesen LP. Das war Part 4. Ich habe eine ganze Stunde vollbracht. Also sehen wir uns im nächsten Part. Im fünften Part. Und dann ist das Abo-Spezial auch komplett durchgezockt. Wir sehen uns. Bis dann.